Wie lange dauert eine Yoga-Lehrer-Ausbildung bei Yoga Vidya? Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer Antwort zu der Frage, wie lange dauert eine Yoga-Lehrer-Ausbildung bei Yoga Vidya? Eigentlich würde ich lieber sagen Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung, denn da gibt es jetzt keinen Unterschied. Die Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung dauert so lang wie die Yoga-Lehrer-Ausbildung. Es gibt verschiedene Antworten auf diese Frage. Zunächst einmal, die Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung dauert das ganze Leben. Warum? Yoga lernst du das ganze Leben, jeden Tag lernst du Neues und auch wenn du unterrichtest, lernst du auch mit jeder Yoga-Stunde etwas Neues. Diese Einstellung des Lernens und die Bereitschaft, immer wieder Neues zu lernen, auf neue Weise auch zu unterrichten, ist ein Charakteristikum einer guten Yoga-Lehrerin. Wie lange dauern jetzt die formellen Yoga-Lehrer-Ausbildungen bei Yoga Vidya? Im Grunde haben wir zwei oder drei Ausbildungsformen, eigentlich sogar vier Ausbildungsformen. Wir haben die vier Wochen Intensivausbildung. Die vierwöchige Yoga-Lehrer-Intensivausbildung dauert, wie der Name sagt, vier Wochen. Du kannst sie am Stück absolvieren. Das beginnt jeden Monat bei Yoga Vidya, eine vierwöchige Yoga-Lehrer-Ausbildung. Du kannst darauf zweimal zwei Wochen oder viermal eine Woche aufteilen und das kann dann auch über mehrere Jahre dauern. Die vierwöchige Yoga-Lehrer-Ausbildung ist Grundlage der Bausteinausbildung, die mindestens zwei Jahre dauert, aber auch länger dauern kann. Die Bausteinausbildung hat auch die Krankenkassenanerkennung. Dann gibt es die zweijährige Yoga-Lehrer-Ausbildung, die jedes Jahr im Januar in 60 Städten in Deutschland beginnt, die populärste Ausbildungsform bei Yoga Vidya und die dauert, wie der Name sagt, zwei Jahre. Dann gibt es die dreijährige Yoga-Lehrer-Ausbildung, die bei Yoga Vidya Westerwald typischerweise im März oder April beginnt und bei Yoga Vidya Bad Meinberg typischerweise im September beginnt. Und die dauert dann eben drei Jahre. Dann haben wir auch noch involviertere Formen der Yoga-Lehrer-Ausbildung, die dann auch noch mehr ist. Zum Beispiel gibt es die Yoga-Therapie-Ausbildung, die psychologische Yoga-Therapie-Ausbildung. Es gibt den Hochschulzertifikatslehrgang, wo du auch ein Hochschulzertifikat bekommst. Wir haben das Yoga Vidya Acharya-Zertifikat, wir haben den Yoga Vidya Visharada Studiengang und einiges mehr und das kann dann schon fünf bis sieben Jahre dauern. Also bei Yoga Vidya dauern die Yoga-Lehrer-Ausbildung von vier Wochen bis sieben Jahre und letztlich dauern sie das ganze Leben. Bei Yoga Vidya hast du noch dazu den Vorteil, du kannst doch erstmal mit etwas Zügigem beginnen, zum Beispiel die Intensivausbildung und die dann in Modulen schrittweise erweitern. Alle Informationen über die Yoga Vidya Yoga-Lehrer-Ausbildungen